Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Das ist schon ziemlich scheiße, dass ich so kurz nach den schlechten Tabaksteuer-Nachrichten jetzt schon wieder zurück bin mit vielleicht schlechten Nachrichten, was Kohle angeht. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Es ist ein verwirrendes Thema. Es gibt sehr wenige definitive, genaue Angaben, was los ist. Ich versuche euch trotzdem mal so ein kleines bisschen zu beschreiben, was da gerade für Gerüchte rumgehen und was eventuell mit dem Kohlemarkt gerade schiefläuft. Gestern Abend bin ich auf ein paar IGTV-Videos, Instastories von verschiedenen Seiten und Shops gestoßen, die alle so ziemlich eine ähnliche Geschichte, teilweise sogar sehr ähnlich ausgedrückt, rüberbringen wollten. Long story short, angeblich sei ein Containerschiff abgebrannt und da war Shisha-Kohle drauf und die Reederei möchte jetzt keine Shisha-Kohle mehr transportieren, weil das ja andauernd passiert, dass einem die Schiffe abbrennen und dass dementsprechend wohl demnächst ein sehr großer Kohlemangel in Deutschland auf uns wartet. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, dann google ich doch einfach mal, wie dieses Schiff hieß und was da passiert ist und habe versucht, das so ein bisschen nachzuvollziehen, habe aber leider keinen Namen von einem Schiff rausbekommen, bis ich dann auf ein Name gestoßen bin und zwar die X-Pearl. Aber die X-Pearl, die hatte keine Shisha-Kohle geladen, zumindest steht das nirgendwo in irgendeinem offiziellen Artikel, den ich finden konnte, sondern da war Plastik, Chemikalien, Einwegtüten und solche Dinge drauf, alles Sachen, die auch krass brennen und sehr, sehr schlecht für die Umwelt sind und das ist wirklich nicht schön, aber da wurde nicht von Shisha-Kohle gesprochen. Dann habe ich meine Fühler mal ein bisschen ausgestreckt und habe mal Tom geschrieben, habe One Nation gefragt und noch ein paar andere Shops und Großhändler und keiner konnte mir so richtig sagen, was das denn jetzt für ein Schiff gewesen sein soll. Ich habe immer wieder das Video von der X-Pearl geschickt bekommen, das war aber basically auch immer dasselbe, das mir da jeder geschickt hat. Von daher war das sehr unnachvollziehbar. Also es hat für mich persönlich nicht gereicht, um da handfeste Beweise zu bekommen. Aber einige Shops haben auf jeden Fall gesagt, dass sie jetzt keine 20-Kilo-Packung mehr verkaufen, dass sie keine 4-Kilo-Packung mehr verkaufen und pro Person nur noch 1-Kilo-Packung abgeben. Naja, auf jeden Fall konnte ich nicht herausfinden, wie dieses Schiff heißt, das da gesunken sein soll. Das eine Schiff, das ich gefunden habe, hatte wie gesagt, zumindest laut den offiziellen Berichten, die ich im Internet gefunden habe, keine Kohle an Bord. Und dann habe ich mich gefragt, was da sonst dahinter stecken könnte. Ich will jetzt keine großartige Verschwörungstheorie aufstellen. Vielleicht ist da wirklich was passiert und auch einige in der Industrie haben mir gesagt, dass das immer häufiger mal passiert, dass da irgend so ein Kohle-Lieferantenschiff wohl einfach in Flammen aufgeht. Also das sei wohl auf jeden Fall nichts Überraschendes, sage ich mal. Aber auf dem Kohlemarkt ist noch was anderes los, was vielleicht auch schon alleine für diese Situation sorgen könnte. Und zwar ist der Preis für den Versand in so einem 20-Fuß-Container, wenn man den voll macht, hat man da so ungefähr 18, 20 Tonnen Kohle drin. Aber man darf, also man könnte natürlich auch noch den 40-Fuß-Container nehmen. Allerdings ist der dann zu schwer, um auf deutschen Straßen noch transportieren zu dürfen. Ich glaube, da liegt die Grenze bei 23 Tonnen. Das heißt, einen 40-Fuß-Container dürftest du dann, wenn du ihn mit Kohle vollmachst, könntest du was Leichteres reinpacken, weiß ich nicht, Styropor. Dann könntest du auch den in Deutschland bewegen. Aber mit Kohle geht wohl nur ein halber irgendwie offiziell, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat so ein Container damals vor Corona viel, viel weniger gekostet. Wir reden da von einer Preiserhöhung von 600 Prozent oder sechsmal so teuer, wie vor über einem Jahr der Versand noch war. Also das ist schon wirklich ein krasser Anstieg. Woher kommt so ein Anstieg? Ganz einfach. Im Moment muss wohl sehr, sehr viel aus Asien rübergeschifft werden nach Europa. Wir haben also eine sehr, sehr hohe Nachfrage an diese Versanddienstleister. Und wo früher vielleicht noch das ein oder andere Schiff leer war oder noch ein bisschen Leerraum hatte und sich der Versanddienstleister also darum bemühen musste, Leute ranzuschaffen, die ihm mehr Zeug auf sein Schiff gepackt haben, damit es sich für ihn mehr lohnt, weil die beste Performance hätten die natürlich, wenn das Ding zu 100 Prozent voll ist, mussten die sich also eher darum bemühen, dass da noch Leute am Start sind. Mittlerweile hat sich da die Marktwirtschaft ein wenig gewendet und wir haben im Moment eine Übernachfrage, was immer für steigende Preise sorgt. Und das anscheinend wohl schon eine ganze Weile, sodass der Preis dann eben jetzt um über 600 Prozent mittlerweile gestiegen ist. Was dann auf das Produkt gerechnet schon eine Menge Geld ausmachen kann. Also vielleicht kommt auch daher so ein kleines bisschen die Steigerung oder diese Befürchtung, dass es zu einer Kohleknappheit kommen würde. Außerdem könnte es noch zu einer Kohleknappheit kommen. Kohle ist schon ein Gefahrengut. Also ich meine, Kohle brennt gut, das wissen wir ja eigentlich alle. Und wenn jetzt bei dieser Reederei angefragt wird, hier, ich habe, weiß ich nicht, die können 100 Container transportieren und die haben 100 Container mit Steinen, die nicht brennen, die egal sind so. Oder 100 Container mit Kohle, die, wenn da irgendwas passiert, dieses ganze Schiff einfach in Grund und Boden brennen. Dann wird die Reederei beim selben Preis sehr wahrscheinlich lieber die Steine nehmen. Warum habe ich eigentlich Steine als Beispiel genommen? Egal. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Wenn die Reederei genug Nachfrage hat, können die sich aussuchen, mit was die ihr Schiff beladen. Und diese Situation scheint es wohl da im Moment zu geben. Ich habe mit dem Can von One Nation geredet. Der Can hat mir gesagt, er kriegt im Moment nur so ungefähr 40 bis 50 Prozent von dem, was er gerne hätte oder in Deutschland umsetzen könnte, überhaupt nach Deutschland. Und wenn das allen so geht, dann könnte das schon ziemlich kacke aussehen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ihr alle Panikkäufe bei Kohlen machen solltet. Ein bisschen Vorrat an Kohle ist wahrscheinlich nie schlimm. Ich habe auch einen kleinen Vorrat bestellt. Vielleicht ist es auch alles kompletter Humbug und wir werden da einfach nur alle Hops genommen und ich bin nur ein weiteres Zahnrad in der Maschinerie, das Panik erzeugen soll. Aber mein Risiko ist, dass ich ein bisschen mehr Geld als sonst für Kohle ausgegeben habe und dann halt viel Kohle auf Lager habe. Also denke ich mir auf der anderen Seite so, was soll's. Was ihr mit diesen Infos anfangt, überlegt es euch selbst. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, weil ich eigentlich ein ganz interessantes Thema finde. Und wenn ich noch mehr Infos rauskriege oder ihr Infos habt, dann packt die gerne mal unten in die Kommentare. Und dann gibt es noch einen zweiten Part zu dem Video, die The Charcoal Theories. So nennen wir das jetzt. Also, es ist sehr, sehr durch Wochen. Ich bin sehr gespannt, was mit dem Kohlemarkt passieren wird. Hier war auf jeden Fall mein kleines Heats-Up. Vielleicht war es komplett für den Arsch und es geht alles ganz normal weiter. Vielleicht wird Kohle nur ein bisschen teurer oder vielleicht gibt es in drei Monaten überhaupt keine Kohle mehr zu kaufen. Ich denke es nicht, aber so sieht das wohl im Moment aus. Wenn ihr Infos habt, wenn ihr Ideen habt, was wir da noch raussuchen können, rausfinden können, wie das Schiff hieß, ob da wirklich was abgebrannt ist, was da wirklich abgeht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG. You, frei habe ich es mit der Danke. You sprawst? You guys! Du bist extrem Cum-аша. Und ich sehe. Sie sehen. Vielen Dank.